Der oberste Führer des Iran ließ am Dienstag die Möglichkeit neuer Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten offen, bezüglich des schnell fortschreitenden Atomprogramms seines Landes. Er sagte seiner Regierung, dass es keinen Schaden anrichte, sich mit dem Feind auseinanderzusetzen. Ayatollah Ali Khamenei setzte auch die rote Linie für die Durchführung von Gesprächen unter der Leitung der reformistischen Regierung von Präsident Massoud Petzeshkian und wiederholte die Warnung, dass Washington nicht vertraut werden sollte. Das bedeutet nicht, dass wir in bestimmten Situationen nicht mit demselben Feind interagieren können, sagte Khamenei laut einem Dokument, das auf seiner offiziellen Website veröffentlicht wurde. Es gibt keinen Schaden dabei, aber setzt eure Hoffnungen nicht auf sie. Ayatollah Khamenei, der das letzte Wort in allen Staatsangelegenheiten hat, warnte auch das Kabinett von Präsident Petzeshkian. Vertraut dem Feind nicht.